Einmal um die ganze Welt, Mick Schumacher wird mit seiner Influencer-Freundin Laila Hassanovic zum Jet-Setter. Ob Thailand, Texas oder Tokio, Mick Schumacher erobert in Rekordgeschwindigkeit den Globus. Allerdings nicht, wie er es ursprünglich mal geplant hatte, mit dem Rennwagen, Mick Schumacher genießt sein Leben in vollen Zügen. Sie ist hübsch, blond und liebt das Reisen, Mick Schumachers Freundin Laila Hassanovic genießt das Leben in vollen Zügen und hat ihren Schatz mit diesem Lifestyle augenscheinlich angesteckt. Böse Zungen behaupten bereits, dass die blonde Influencerin den Schumison von seiner eigentlichen Bestimmung abhält. Denn Micks Traum, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und die Formel 1 zu erobern, scheint gerade auf Eis zu liegen. Jedenfalls kehrte er der Königsklasse des Motorsports vorerst den Rücken, fährt 2024 lediglich in der Langstreckenserie WEC für Alpine im Hypercar und fröhnt ansonsten seinem neuen Hobby. Statt seine Runden auf den berühmten internationalen Rennstrecken zu drehen, umrundet Mick gerade lieber die Welt. Zusammen mit seiner Freundin zieht es ihn an den Strand, in den Schnee und in ferne Städte. Einmal um die ganze Welt mit dir. Schreibt Laila zu einem Video auf Instagram, das die beiden an unterschiedlichen Orten zeigt. Ob sich diese Reiselust mit seiner Karriere vereinen lässt? Wohl eher nicht. Selbst Ex-Formel-1-Chef Bernie Ecclestone äußerte sich kürzlich kritisch über Micks Lebensweise. Er sollte seinen Namen vergessen und sich als Person weiterentwickeln. Ob Jung Schumis Entscheidung für die Liebe statt für den Ruhm als persönliche Weiterentwicklung zählt? Das wird die Zukunft zeigen.